Applaus Einmalig ist schon Dankeschön Einmalig ist jetzt auch bereit Applaus Einmalig ist jetzt auch bereit Und ein Weg der deutschen Jure-Greiter Bernhard Leiter Applaus 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 Für dich geht es weiter Richtung internationalen Wettbewerb, wo es also eine Vielfassung ist. Ich will auf die Junge beginnen. Nächstes Jahr. Dafür auch Frauen. Aber ja, die Woche geht's los. Und ich würde mich freuen, wenn ich mich erst mal verstößt. So, Klamotor. 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 Platz Nummer 5, die Jennifer Reiboy, mit der Dame 16. Der vierte Kraft, die dann Kim Pfeibel, mit der Startnummer 17. Die Kugelabstände, Platz Nummer 1, 2 und 3. Platz Nummer 1 und 2, ein guter Abstand, Platz 3, zwei guter Abstand. Platz Nummer 3, an Gini Kassel, Platz Nummer 13. Bitte. Tippeneisterin, Annika Hoffmann mit der Frawi. Und abhatten die deutsche Unterricht und die Fliegekreis der Welt in Star Wars, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.